Thomas Hultmann, wie gesagt, aus Gratwein, 34 Jahre alt, als Technikerin, Mr. Hüttlmann-Württmann, für die Idee, die Erinnerung, 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 die Erinnerung und die Erinnerung, die Erinnerung, das ganz gut ist, heute ist record, weil wir die Erinnerung vollt고요 und wir müssen morgen das Video zusammenarbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020